Beides sind weg, absolute Superstars. Freuen wir uns auf diesen Final hier. Ich bin sehr gespannt auf David Popovic, der den Weltrekord aufgestellt hat in Rom vor zwei Jahren an der EM. Ein Weltrekord, den er mittlerweile nicht mehr hält, aber er ist absolut in der Lage, den wieder zu unterbieten. Aber auch für ihn gilt, genau wie für einen Roman Nityukov, der ist in der Vorbereitung für Olympia. Aber was ist die aktuelle Form bei ihm? In Führung liegt Nandor Nemeth, Popovic dahinter und ein Andrei Barna. Milak kann da nicht mithalten mit den Schnellsten. Was für eine Wende von David Popovic. Er ist bekannt für einen unglaublich starken zweiten Fünfziger. Also, das sieht man auch da, wenn er kann davonziehen, wobei der Serb ihm da wirklich auf der Hüfte mitschwimmt. Er verteidigt seinen Titel. Erfolgreich. Nicht ganz so schnell, wie er es gerne gehabt hätte, aber trotzdem eine Wahnsinnszeit, diese 46,88. Das habe ich wirklich nicht gesehen kommen, weil die ersten 50 waren nämlich nicht wirklich schnell. Also, sie waren schon schnell, aber einfach im Vergleich.